Ich bin Kurde und die kurden Leute, die Situation in Syrien war sehr schwer, wir konnten nicht unsere Sprache sprechen. Wir haben keine Schule und wir haben viele Schwierigkeiten. Vor fünf Jahren war Krieg in Syrien, deswegen muss ich mein Land verlassen. Ich bin in Deutschland seit fünf Jahren. Der Grund, warum ich mein eigenes Land verlassen war, Turkmenistan, war wegen der homophobischen oder anti-queer Situationen. In den letzten fünf Jahren war es sehr schwierig für mich. In 2015, ich bin mein Land verlassen. In 2015, es gab viele Manifestation. In 2015, es gab mein Freund, in seinem Ort, wo er gearbeitet hat. Das ist so, dass ich aus meinem Land verlassen bin. Ich bin in Berlin, in der Hymne. Ich bin in Berlin, in der Hymne. Sie haben mich in der Hymne. Es ist ein Hymne, der Hymne, mit einem Heterosexuellen Hymne, mit einem Mann aus Arabisch, Afghans und anderen Ländern der Mitte. Ein Abend, sie haben ein Zag auf meine Gesichter. Und am Tag, sie haben meine Dinge. You don't know, like how, what to do. It's a new language, a new country. You don't know anyone. Es ist heute immer noch schwer für mich, weil ich bin ganz alleine. Schwer, eine Wohnung zu finden, Schwer, eine Freundin zu finden, Schwer, einen Job zu finden. Aber in Deutschland gefällt mir die Gesetze, die Politik und die Demokratie. Deswegen möchte ich in Deutschland leben. Malgré das Gebrauch von meiner Familie, es geht viel besser. Ich habe viele Freunde hier in Allemagne gefunden. Ich bin sehr stolz von mir. Ich habe viele Probleme gehabt. Ich habe viele Probleme gehabt. Nach fünf Jahren, würde ich sagen, habe ich viel verändert. Das hat mir viel verändert. Ich fühle mich so frei. Ich lebe, ich studie, Modo Design. Und auch, ich performe als Ballet Dancer, Oriental DJ, Drag Queen. Jetzt gibt es so viele Möglichkeiten für Queer Refugee. Es ist speziell, um sich zu finden. Und selbst. In fünf Jahren wünsche ich mir ein besseres Leben. Ich wünsche mir, unabhängig zu sein. Und ich hoffe auch, meine Kinder nach Deutschland holen zu können. Ich wünsche mir, dass ich eine andere Queer-Fugee unterstütze. Wir sind sehr willkommen in Deutschland. Aber, zum Beispiel, als eine Person von Colour, eine Person von Colour, eine Queer-Fugee, ich kann nicht frei sein, in jedem Ort, auch in Berlin. Es gibt so viele Homophobische Menschen. Ich wünsche mir, dass diese Veränderungen in Zukunft verändern. In fünf Jahren würde ich eine professionelle Rolle. Ich würde mich über die Kinder, die Kinder oder die Kinder. Ich würde eine Leben in der Sicherheit, ohne Diskriminierung oder Rassismus. Dann würde ich mir, dass sie nicht nur in der Zeit haben. Und ich würde mich über die Kinder, die Kinder, die Kinder und die Kinder, die Leute haben. Und sie bleiben.